So, der vierte Tag, Leute. Der vierte Tag. Der vierte Tag. Wir gehen wieder unserer Routine nach. Ah, nee. Erst waschen, natürlich. Nee, erst essen. Erst essen. Erst essen ist auf der Routine. Guck doch an die Wand. Essen ist Routine erst gewesen? Essen ist Routine. Du isst erst und dann wäschst du dir dein Gesicht. Du putzt ja auch erst Zähne, nachdem du gegessen hast. Was macht denn sowas? Hey, ich stehe morgens auf und wasche mich. Das erste, was ich mache, ist mich waschen und nicht erst essen. Ja, aber da sind Zähne putzen, dazu gehört in diesem Spiel. Erst mal das Bier wegsippen. Das erste, was ich mache, ist erst mal was essen. Guck mal nach, ob der Verrückte wieder draußen steht. Erst mal habe ich jetzt gegessen. Jetzt, ja, gut, dann gucken wir erst im Fenster. Ihr, aber bringt meine ganze Tagesroutine durch. Nein, das Rotkeitsch ist wieder da. Natürlich muss ich dich durcheinander bringen. Das ist mein Job. Dafür würde ich nicht so frei sein. Ich würde gern so frei sein wie er. Na gut. Ihr seht ziemlich kaputt aus. Ziemlich viele Blessuren, ja. Trotzdem mal die Zähne, als wäre nichts gewesen. Und wascht ihr mal dein Gesicht? Weg damit, weg dem. Unser Gesicht quietscht. Ist halt schlecht gewählt, ne? So, haben wir wieder was, was wir aus dem Klo holen können? Nein. Zack. Weg damit. Sollst du nicht immer Sachen im Klo hinterlassen, um sich später wieder rauszufischen? Doch, 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 doch. Kiste. Nichts mehr drin, außer dieses Symbol, okay. Hm, die Frage ist, haben wir noch irgendwelche Daten, die wir checken müssen? Ein regnerischer Tag. Ah, check mal dein... Haben wir schon die ganze Zeit das Bild hier? Oh, gar nicht drauf geachtet. Nee, das ist neu, glaube ich. Wollen wir grad sagen. Welche Daten... Irgendwelche Daten, die wir uns irgendwie merken müssten, irgendwas, was wir... Oh, wir sind halt wieder rebellisch. Ich hau mal auf die Glocke, oder? Ja, hau mal auf die Glocke. Du kannst natürlich auch den Bonsai angucken. Hallo. 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 Achso, sind sie schon da. Hallo, Bob. Ich bin froh, dich zu sehen. Hä? Seit wann heißen wir Bob? Schon die ganze Zeit. Da habe ich doch letztes Mal erklärt, dass wir Robert heißen. Also am Tag davor. Tag drei habe ich schon gesagt, Bob ist die Abkürzung für Robert in Amerika. Das macht immer noch keinen Sinn. Doch. Nein, Mann. Deswegen heißt doch von den drei Fragesteinen Bob Andrews ja auch Bob Andrews, weil der Robert Andrews heißt. Das macht keinen Sinn. Ach, Leute. Leute. Versuch nicht, mich mit deinen Tatsachen zu verwirren. Das macht keinen Sinn. Was ist deine Klientennummer? Das weiß ich doch nicht. Deine Klientennummer, die du entweder auf deinem Dingsbums da findest oder auf deinem Ausweis, der unten in dem komischen Fanker liegt. Die fragen mich Sachen, als würde ich das hier alles wissen, oder was? Und das soll ich mir jetzt merken, oder was? Ja. 0234-098-3724-VH. Nein, das kann ich mir nicht merken. Ich nehm die ersten Fünfte. Das ist garantiert nicht deine Klientennummer, das ist deine Arbeitsnummer. Das ist nicht meine Klientennummer? Doch. Wieso sollte das deine Klientennummer sein? Die gehört zu Johnson & George Floyd. Wie viel brauchen wir denn? Das sind auch noch so sieben Zahlen. Haben wir denn noch irgendwas? Mit dem System? Steht das Ding vielleicht in einem... Im Kalender. Da drauf. Oder in einer anderen Schublade unten in dem Schrank. Bis dato war da noch nichts drin, aber das heißt ja noch nichts. Das heißt ja in dem Spiel nie was. Ach, siehste. Ah, ja. Hast du recht. Ah, I-9-3-I-L. 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 Oder ist das eine 1? Warte, nix sagen. Ah. Ja, wahrscheinlich eine 1. I-9-3-I-L. 1-R-L. Äh, da. L-R. R-L. Ja, ich weiß. Hör mir doch zu, wenn ich mit dir reden. An welchem Tag starb Laura? Ah, steht in einer Klienten-Akte. Hab ich die Akte gelesen? Nein, aber es waren am Montag. It was a Monday. So, da steht wieder und sagt, der Baker Street. Äh, hey, wurde auch nicht Sherlock Holmes in der Baker Street? Ähm, das kann sein, ja. Mhm. Ähm, how satisfied are you? Achso, ach hier, guck mal. Das ist unser Arbeitsvertrag. Nee, was war das? Äh, das, das sieht aber nicht so aus wie das, was wir geantwortet haben. Wir haben doch gesagt, wir hassen Fischen. Echt? Was stand da? Pst. Sie fälschen unsere Aussagen. Ich wollt grad sagen, hä? Na, wenigstens das haben sie ja. Nee, das war voll positiv. Wir waren voll positiv. Ich wollt grad sagen, wir haben gesagt, alles geil, uns geht's richtig gut. Alter. Wir haben doch gesagt, wir sind schwanger. Leute. Lassen wir aber wer hier. 12.10.1971. 12.10.1971. Oktober 1971. Äh, an welchem Tag? 12.10. 12.10. Wieder. Und dein Verlust tut mir leid. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Möchtest du hier bleiben? Eigentlich eher nicht. Äh, genau. Eigentlich nicht. Sagen wir jetzt nein? Nee, das ist mein Nein. Nee. Erinnere dich. Achso, ich bin hier, um dir zu helfen. Um dich zu helfen. Okay. Was sagt der Bonsai? Wollde ich auch grad sagen. Was sagt der Bonsai? Da ist ein T-3 auf. Bonsai hat ein, ah. Hat die Visitenkarte auch irgendein komisches Zeichen? Nein. Oh. Können die umdrehen. In case of a mental emergency, please do not hesitate to call this number. Haben wir ein Telefon? Nee. Nee, nee. Noch nicht. Charges for a internationalist call may apply according to your service program. Ja, okay, das ist egal. Haben wir jetzt eigentlich genug Symbole, die wir hier eintragen können? Letztes Jahr das Tee, was wir schon haben, ne? Das haben wir. Die Box haben wir. Das haben wir. Dann haben wir dieses komische Tee da von eben. Die anderen haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Nee, die anderen haben wir noch nicht gesehen. Nee, wir haben Tag 1 verpasst, oder nicht? Ach nee, doch nicht. Das war was anderes. Ich glaube, Tag 1 war doch das. Das war doch das, was auf der Zuckerpackung war. Ja, das stimmt. Ja, an Tag 1 haben wir irgendwie seine Achievement verpasst. Ja, stimmt. Also, Zuckerpackung haben wir. Dann haben wir den Karton bekommen. Den Karton hatten wir, glaube ich, an Tag... ...zwei. Nee, drei. ...oder? Aber was ist dann Tag 2? Ja, ist die Frage, ob das nach Tagen geht, weil... ...sind wir denn schon so weit? Sind wir denn schon so viele Tage überhaupt hier? Ja, das ist der vierte Tag jetzt, ne? Stimmt. Zuckerpackung. Karton war an Tag 3. Heute ist der Bonsai mit dem Tee. Den Bonsai haben wir auch schon seit einem Tag, Leiner. Aber der hatte noch keinen Buchstaben drauf, oder? Sehr sicher. Vielleicht ist es draußen, ja. Meiner auch, der Buchstabe ist gerade erst gekommen. Ach, shit, ey. Nee, wir haben morgen noch einen Tag. Wir haben morgen noch einen Tag. Ja, warte, geh nochmal ran. Woran? Das ist die Kombination. Ja. Oh, Marco, wirst du ja, ich kann ja Safeknacker spielen. Ja, halt dein Ohr ran, los, an Monitor. Na, wenn du sagst, Karton haben wir an drei bekommen, dann pack den da doch mal rein. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann... ...wird das einfach nochmal alles durchspielen bei A2? ...müsste es ja eigentlich passen. Die Frage, muss man dann erst nochmal zurückgehen aus dem Bild? Oder wir sind ganz weit weg. Ich vermute eher, wir sind ganz weit weg. Weit, weit weg. Nee, ich glaube, wir sind echt weit weg. Na gut. Wir machen erstmal unser Programm hier weiter. Ja, möchten wir starten. Achso, Entschuldigung. Ja. Oh, ich hätte maybe sagen können. Äh. Was? Achso, was ist in der Mitte des Raumes? Der Tisch. Ja, ziemlich sicher der Tisch. Was ist das? Das ist... Da ist... ...der Karton. Kann das sein? Keine Ahnung. Das ist der Bonsai. Das ist unser Bilderrahmen. Da ist der Vogel. Och, dieses... ...nicht ausgefüllte Viereck. Achso. Ah, naja. Moment mal. Nee, hier ist doch der Vogel. Da ist doch der Vogel. Wir haben doch nur den Vogel. Das ist ja nichts anderes. Irgendwas gefällt ihm da noch nicht. Kann das sein? Achso, der Donut ist in der Mitte. Naja. So. Der Teller. Wahrscheinlich. Yes. Oh, es gibt einen Säckchen. Einen schönen Prozecho hier. Oh, eine Bloody Mary. Stimmt, heute wurden wir gar nicht gefragt, oder? Eine Gelle voll Blut. Stimmt. Nee, heute gibt es halt nur Bloody Mary. Erstmal schön den Säckchen. Erstmal den Stromfressen. Äh, den Strohhalm fressen. Oh, die Zitrone. Ja, den Sauer macht lustig. Die Tablette ziehst du dir natürlich ohne irgendwas rein. Ja, klar. Ja, trocken. Auf trockenen Hals immer Tabletten. Schön auf trockenen Hals. Ist natürlich auch voll gesund, Alkohol und Drogen zu nehmen. Vielleicht war es ja eine Virgin Mary. Maybe. Du weißt es ja nicht. So. Maybe. Können wir jetzt schon wieder ins Bett? Schon wieder? Nein, jetzt musst du erst mal... Erstmal die Bühne machen. Ja, stimmt ja. Erstmal nochmal wieder neu erschaffen. Was haben wir diesmal? What? What, what? What? What, what? Wait, what? Eins, zwei, drei. Okay. Das sind die Stationen, die wir haben. Und vier. Und reboot. Oben, unten, links, recht, X. Oh, das ist der Konami-Code. Up, down, left, right. Ah, nicht ganz. X, B, ja. X und bestätigen. Ja, aber ist doch eigentlich up, up. Ne, doch. Up, down, left, right. Left, right, B, A. Up, down, left, right ist aber auch ein Code, ja. Wann ist das der Contra-Code? Der Contra-Code? Für, für den Komani-Code. Den Komani-Code. Den Konami-Code und den Contra-Komani-Code, äh, Konami-Code, alter. Gut, open water, close it. Ist aber Stufe 1 erstmal. Das heißt, wir müssen das aufmachen. Ja, up, down, up, down, left, right, äh, ist Konami-Code. Ich hab gerade gegoogelt. Button-Device. Was war dann up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start? Das ist auch noch einer. Na gut. Ich meine, das sind beides Codes für, äh, Konami-Spiele. Oder meinen die das andere aus der Wasserhahn? Ah. I have to get out of here. Ich muss hier raus. Dann spül ich. Du musst viermal spülen, oder? Dann viermal spülen? Why not? Wow. Ach so, ah, viermal. Ach so, ach so, ach so, ich muss viermal spülen und dann... Ich hab nichts gemacht. Bin unschuldig. Ne, ignorier den jetzt. F. Was sagt denn dein, 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 dein... Dein Plan? Du solltest doch irgendwas rebooten. Ja, das kommt aber erst an Stufe 3. Erstmal muss ich doch mit dem Bilderrahmen interagieren, oder nicht? Oder ist das nicht der Bilderrahmen? Was ist denn das? Open-Button-Device. Ach so, ach der Button. Ach so, der Knopf. Ich glaube, das musst du in den richtigen... Ach so, ach nee, ah, okay. Du musst ihn... Äh. Ne? Ach so, die sind miteinander verbunden. Und jetzt? Hä? What? Ja, da stand da nicht ne... Dings drum? Auf? Wie ne Dings auf? Ne, ne, der löst, die Lösung stand doch da. Oder nicht? Hier? Ja. Ja, das ist aber erst mal mit dem Kasten zu öffnen. Öffnen, ne? Genau, ich vermute aber, wir müssen alle Schalter jetzt umgedreht. Müssen wir mit dem Typen reden, oder ignorieren wir den jetzt einfach? Ignorieren den jetzt einfach. Links. Ach, scheiße. Up. Down. Left. Right. X. Start. Emergency reboot. Und jetzt? Hallo? Hallo? Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Wir haben den Reboot, wir haben das, ja. Muss ich mit dem Typen reden? Du hast, äh, du hast, du hast es in der, hast du es nicht in der falschen Reihenfolge gemacht? Nein. Wir haben erst das Wasserkloset gemacht als eins, dann das Ding als zwei und dann den Reboot jetzt als letztes. Achso, hier steht sowas. Ach! Ach, der hat das sogar abgehakt. Was? Ne, hä? Ja, eins, zwei, drei. Das ist das nächste. Ah, jetzt müssen wir zum Bilderrahmen, dann zu unserem Kalender, dann zum Schrank und dann zum Bonsai. Bilderrahmen. F. F. Kalender. Ah, Paar. Paar, Faar. Paar, Faar, Faar. Paar, Faar, 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 Faar. Fett. 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 Hab ich grad Fett genannt? Fette. Fette. Achso. Ja, Fade machen wir so. Ja, was bringt uns jetzt Fade? Was steht jetzt, was steht jetzt in dem, in dem... Achso. In dem, in der Auflage. Ja, Fade. Jetzt wissen wir, dass es Fade heißt. Und was ist jetzt Fade? Oder fragt der uns jetzt der Typ? Steht jetzt auf der zweiten Seite vielleicht was? Sie hat sich doch eben auch verändert. Nee. Vermute, dass wir dem Typen jetzt Fade sagen. Beruhigen Sie sich, Mr. Hill. Bitte bleiben Sie bei der Routine. Vielleicht im Computer? Äh. Achso, was? Scheiße. Was hat er gefragt? Credentials. Jetzt musst du wahrscheinlich mit... F anfangen vielleicht? F.M. James wegen Fade? Äh. Äh. Ja? Okay. Your Credentials. Achso. Warum kann ich nicht zurück? Ich habe überlesen, was da stand. Ist da sonst irgendwas? Oder können wir nochmal weggehen? Warte mal. Wenn wir mal wieder rangehen. Scheiße. Up, down, left, right, x. Dings. Ja. 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 Dankeschön. Log in. Log in. Yes. Select your Credentials. Ah, toll. Ja. Brauchen wir einfach den richtigen Benutzern, ne? Ja, aber wer ist der Benutzer? Keine Ahnung. Haben wir irgendwo einen Hinweis? Wer unser... Wir müssen das jetzt nochmal neu machen. Ich weiß es nicht. Ne. War jetzt eigentlich der Notruf-Button? Der war jetzt... Ach, dem bin ich mir nicht sicher, ob das richtig war. Irgendwie hat man keine... Kein Feedback bekommen. Achso. Einfach eine andere Möglichkeit, Alarm auszulösen. Steht denn draußen irgendwo? Ne. Besser nicht. F. Toll. Aber wir müssen einfach den richtigen User nehmen, denke ich. Na ja, siehst du schon wieder. Ja. Haben Sie einen Namen? Mr. Hill, beruhigen Sie sich. Ah, Mr. Hill. Oh, das ist die letzte. Die letzte Warnung. Ich freue mich nicht dazu, zurückzukommen. Oh, da liegt was. Da liegt was auf dem Boden. J. Grant. Ah. J. Grant, Access-Code LOG. Ah. Ach so. Die haben ihr Passwort auf ihre Karte geschrieben. Die sind ja dämlich. Richtig clever. Die sind dämlich. Wissen sie das? Aber was ist denn jetzt mit Fade? Ja, da können wir jetzt vielleicht Mr. Was hat er eben gesagt? White. Ne. Wer war das? Grant. Grant? War das Grant? Ich habe es eben noch gesagt und schon wieder vergessen. Was ist denn los? Ich meine, es war Grant. Ach so, ja. Der Typ, ja. Ne, aber der hat uns doch angesprochen mit Mr. Ja, wir sind Mr. Hill. Das wissen wir aber auch schon seit der Spiegel gestartet. Grant. Ja. So, und das Passwort von ihm ist LOG. Richtig. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, was wir mit unserem Paint machen. Welcome. Super. Wir können das Passwort ändern. Hi, Jim. Love the new haircut. Der hat ne Glatze. Can change my password to hope. Thanks, Dr. Adams. Ah, ja. Ach, wir können es also auch gleich bei Dr. Adams reinloggen, oder was? Was sagt er denn zu Patient Hill? Dear Dr. Grant, Mr. Hill is our most important patient. Okay. Please make sure he sticks to the program at any time. Also Mr. Hill ist unser wichtigster Patient und bitte gehen Sie da, machen Sie es sicher, dass er immer bei dem Programm bleibt. Für jeder Zeit. Seine Erinnerungen sind extrem wertvoll für unsere Organisation. Mit freundlichen Grüßen, der Manager. Gut, und was ist welcome? Dear Mr. Grant, we would like to welcome you to our team. Please let me know if you have any questions. Der Manager. Er ist also relativ neu da und wird jetzt auf jeden Fall gefeuert, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wer war eben noch, wer hat, Adams war das, ne? Und Adams hat Hope. Adam hat Hoffnung. Wieso kann der eigentlich das Passwort ändern? Hat der IT-Berechtigung, oder was? Ja, und das ist der Administrator. Und Doktor. Kennt man doch, in Krankenhäusern hat man immer Server, Administrator und Doktor. Lange an dem E vorbei. Ja, hab ich auch grad gemerkt, ich war noch am Reden. Hoppy. Äh, sorry? Hallo, Katharine. Ich hab meinen Zugangscode verloren. Ich denke, ich schreib, äh... Ins Dossier. Ist bei Mr. Hill ins Dossier. Könntest du da einen Blick reinwerfen? Danke, Harry. Das war Herr Hildmann. In unserem Dossier ist es jetzt wahrscheinlich noch ein Passwort. Von Agely. Warum schreibt ihr das Passwort bei uns mit rein? Aber in unserem Dossier? Was für ein Dossier? Ja, unsere Unterlagen. Ja, aber warum steht da das Passwort von dem Typen drin? Frag nicht. Was für dumm ist. Lake. Ah ja. Natürlich, Lake. Das war wahrscheinlich das Einzige, was er gerade in der Nähe liegen hatte. Hat er mal draufgeschrieben. Nachher... Dann saß er da. Ach, scheiße. Das Institut hat kein Geld für Schmierzettel. Nee. So. Operation Hill. Okay. Das klingt wie so eine Militäroperation. Ja, ja, ja. H-I-L-L. Das ist eine Abkürzung für... High Intense Life... L... Logistics. Keine Ahnung. Life Loss. Ja, okay. High Intense Life Loss. Das ist sowas in der Art wie Anti-Life-Link, weißt du? Verlierst halt einfach jede Runde mehr Leben. Anti-Lebensformel. So. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ne, was? I hope everything is in place for tonight's Operation. Ich hoffe, alles ist soweit für die Operation heute Nacht vorbereitet. Connect Mr. Hill's Mind and make sure he does not wake up. Es scheint nicht funktioniert zu haben. Genau. Schließe Mr. Hill's Gedanken an und stell sicher, dass er nicht aufwacht. Stimmt. Ach, deswegen hat er das Blut in der Fresse oder was? Ja. Wir sind also eine Laborratte. Yes, das kann sein. Incident. Dear Mr. Lee. I am aware of the incident that occurred last night. Ach, okay. Die haben es schon festgestellt, dass da ein Unglück passiert ist in der letzten Nacht. Das heißt, wir sind aufgewacht. Wir sollten mal seine E-Mails löschen, wenn die nicht mehr genutzt werden. Fortunately, the memories didn't become corrupted. Ah, okay. Sie haben also trotzdem unsere Gedanken anzapfen können. A patient waking up during the dream can ruin the whole operation. Ein Patient, der während des Traums aufwacht. Kann die komplette Operation ruinieren. Please be cautious. Was? Cautious. Seien Sie vorsichtig, dass es nächstes Mal ohne Probleme über die Bühne geht. Yes. Ah, hier. Schön. Endlich kriegen wir den Zugang zu unserem kleinen Schränkchen. Cabinet Access. Ah. Jesus ist tot. Wir haben ein Paket bekommen, was wir mit einer Schaufel und Zucker aufmachen. Okay. Hattest du überhaupt irgendwas mit den Sachen zu tun, die wir gefunden haben? Nein. Nein. Gut, das machen wir mal eben schnell. Kreuz, Karton, Tee und Zucker. Kreuz. Karton. Es ist nicht das richtige Kreuz. Ach so, stimmt. Entschuldigung. Jesus ist... Kreuz. Kreuz. Und Zucker. Natürlich, dahinter sind fünf Rätsel versteckt. Äh, wir machen erstmal das Rätsel hier. Äh, bleh? Ah, das ist doch simpel. Das geht da rein, das geht da rein. Ach so, das sind wir die Füllräume. Ja, okay. Easy, schneezy. Zack. Grünes Licht. Dankeschön. Ach so, nee. Ich muss die anderen erstmal machen. Ähm. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach da. Nies, 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 na, snoo. Ist doch richtig. Ach so. Muss alles belegt sein wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich. Ein geschlossener Kreislauf. Geschossener Kreislauf. Untertitelung des ZDF, 2020